Zahlen in 1000 Euro darstellen In Tabellen mit großen Werten ist es oft sinnvoller, die Zahlen in 1000 Euro anzugeben. Mit einem kleinen Trick ist dies auch lösbar. Geben Sie zuerst eine Zahl in die Zelle A1 ein und bestätigen Sie diese mit der Eingabetaste. Anschließend klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Zelle und wählen Zellen formatieren. Unter Kategorie wählen Sie Benutzer definiert aus und als Formatcode geben Sie folgendes ein. Um die eingegebene Formel zu bestätigen, klicken Sie auf das grüne Häkchen. Danach bestätigen Sie die Änderungen ein weiteres Mal mit OK. Die Zahl wird nun im 1000 Euro Format dargestellt.